Hey, ich habe mich so gefreut, bist du da, das erste Mal alleine auf dieser Bühne. Das war ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit Menschenfurcht verbunden, oder nicht? Ja. Das ist jetzt gerade ein super Einstiegsjag. Das machst du wieder mal gut. Also das ist tatsächlich, am Donnerstag hatte ich so einen Moment, oder am Freitagmorgen, als ich gemerkt habe, jetzt muss ich überlegen, für wen predige ich. Es ist mir mega wichtig, dass es gut ankommt und dass es unterhaltsam ist. Da habe ich gemerkt, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich über Menschenfurcht predige und selbst dann was anderes lebe, mit der Predigt. Und das hat mir dann mega geholfen, meine Prioritäten zu richten, wie ich daran gehe. Aber es ist eigentlich gerade ein cooles Thema, oder? So für das erste Mal, weil dann merkst du, es geht ans Eingemachte, oder? Du hast ja über diese Gottesfurcht gesprochen und du hast am Schluss bisher nochmals hochgekommen und du hast gesagt, hey, das ist nicht, dass wir Angst haben müssen vor diesem Gott. Aber vielleicht kannst du mir nochmals ein bisschen erklären, was ist der Unterschied zwischen Furcht und Angst? Also zwischen dieser Gottesfurcht, aber trotzdem müssen wir nicht Angst vor ihm haben. Das ist ein Riesenthema. Und nächsten Sonntag wird Joel Vögli auch noch darüber sprechen. Ich glaube persönlich, und so wie ich die Bibel verstehe und auch die Wörter, die da gebraucht werden, ist es tatsächlich das gleiche Wort wie Angst. Also die Bibel spricht schon davon, dass wir Furcht oder Angst vor Gott haben sollen. Aber ich glaube, im Kontext, so wie dieser Gott sich uns zeigt, nämlich als Befreier, als Retter, als Helfer, weicht diese erste Angst einer Ehrfurcht. Aber ich behaupte, es lohnt sich, also wie dieser Vers halt sagt, wo Jesus sagt, ja, hab lieber Angst vor Gott, weil dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg, dann guckst du mal in die richtige Richtung. Ich habe mich bekehrt, weil ich Angst hatte vor Gott. Und das war dann zehn Jahre ungefähr ein bisschen Struggle, weil ich nur diese Seite von Gott so ein bisschen angeguckt habe, bis ich gemerkt habe, der Gott ist ja nicht einfach nur mächtig und heilig, sondern der ist auch wirklich liebend und aufopfernd. Aber ich glaube, dass in unserer Kultur tatsächlich das ein bisschen zu kurz kommt, hey, dieser Gott ist ein heiliger Gott. Und da gibt es ganz viele Geschichten, auch in der Bibel, wo er diese Macht beweist und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich glaube, das tut uns grundsätzlich schon gut. Glaube ich auch, weil ich glaube, oft eben, wie du gesagt hast, ist heutzutage, Gott ist unser Freund, er ist unser Zufluchtsort, er ist unser Helfer, er ist unser Vater. Und trotzdem glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir wissen, hey, schlussendlich ist Gott immer noch König und wir müssen wirklich diese Ehrfurcht von ihm behalten. Jetzt hast du ja eben auch über Menschenfurcht gesprochen. Ist es falsch grundsätzlich, wenn wir von Menschen Anerkennung und geliebt werden möchten? Würdest du sagen, ist das grundsätzlich falsch oder gibt es da irgendwie so eine Zwischenbalast, die wir halt wie finden müssen, hey, was ist irgendwo durch auch gesund, wenn wir uns das bei Menschen suchen oder Menschen dienen und dann bekommen wir irgendwie wieder Anerkennung zurück, sage ich jetzt mal. Und wo ist es echt im ungesunden Mass? Mir kommt in den Sinn, was Jesus gesagt hat, wo er gefragt wurde, was ist das höchste Gebot, hat er gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, die Art von Liebe oder Respekt, ich meine, die Bibel spricht auch davon, dass wir Leuten Respekt geben sollen oder auch Leute in Leitungspositionen und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es eben, ich habe ein bisschen versucht, das zu bringen, wähle deine Kämpfeweise aus. Ich finde nicht, dass es erstrebenswert ist, dass einem alles einfach egal ist, was irgendwer sagt. Weil dann hast du keine Liebe mehr. Aber die Priorität muss geordnet sein. Zuerst kommt immer Gott und dann kommt der Rest. Zuerst kommt immer die Meinung von Gott und dann kommt die Meinung von jemand anderem. Ich meine, meine Frau hat eine wichtige Meinung. Und oft braucht Gott ja auch andere Menschen, um zu uns zu sprechen und einfach zu sagen, geht mich nichts an, weil ich habe es nicht von Gott direkt gehört. Ich würde behaupten, wenn du so denkst, dann krönst du dich einfach wieder selbst. Weisst du, wie ich meine? Und ich glaube, die Priorität ist wichtig, dass Gott ist zuoberst, er ist der König. Und dann gibt es Leiter oder auch Leute, die eben einen enger Kreis, der uns ins Leben sprechen soll und darf. Und dann gibt es diese Hard Cases, wo im Römer 13, auch 13, 13, 13, 13, im Röner Trizeps davon steht, dass wir Gott mehr geholfen sollen, als den Obrigkeiten von dieser Welt, wenn es dann... Aber ja, genau. Irgendwie so. Aber in dem Fall verstehe ich dich schon richtig. Es ist nicht generell schlecht, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ein schwieriges Gespräch, ich bin in einer Cheffunktion, ich muss ein Mitarbeitergespräch führen und ich bereite mich gut auf dieses Gespräch vor, weil da liebe ich ja auch meinen Mitmenschen, wenn ich das mache. Und das ist ja nicht nur Menschenfurcht und ich will nicht blöd dastehen und so, sondern eben das ist dann eigentlich das Gute, oder? Ich glaube, da gibt es aber einen feinen Unterschied, den bemerke ich bei mir auch. Ich leite ja auch Leute. Und es gibt einen Unterschied, ob ich ihr ansehen will und darum gewisse Dinge so formuliere oder ob ich wirklich das Beste will für diese Person und die Organisation zum Beispiel, jetzt bei mir ICF, weil wenn ich jemanden leite und ich habe Angst, diese Person zu verlieren, dann behaupte ich, ich kann sie nicht gut leiten. Weil im Hinterkopf werde ich immer denken, ah, da ist aber dann Schluss oder das kann ich dann nicht ansprechen, weil das ist, dass wir die Person zu sehr triggern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gut vorbereiten und liebevoll sind, aber nicht, weil wir wollen, dass die Person uns mag unbedingt, weil das ist einfach gefährlich. Ich finde das gefährlich. Und ich habe schlechte Erfahrungen gemacht damit, weil es macht süchtig. Mich macht es süchtig, wenn ich das zu weit oben habe, dann, ah, das tut mir gut und dann plötzlich kommt es nicht mehr und dann fehlt mir das, wie eine Sucht. Aber wenn ich davon ausgehe, ich liebe die Person, dann gebe ich was und oft ist der Respekt auch das, was zurückkommt. Ja, und eben lieben kann unterschiedlich aussehen, wie du Gespräche führst und so weiter. Okay, vielleicht zum Schluss noch für die Leute zu Hause. Hast du noch einen letzten, einfachen Tipp, wenn wir, wenn uns vielleicht wieder mal die falsche Perspektive kommt bei der Menschenfurcht, wenn wir merken, hey, da falle ich einfach schon wieder rein, ich bin irgendwie wieder unten und ich muss wie diesen Switch wieder hinbekommen. Also mir hilft es einfach extrem, die Bibel zu lesen und die Wahrheiten der Bibel für mich zu nehmen. Und manchmal habe ich diese Kämpfe im Kopf oder kommt eine Situation hoch oder was, dann nehme ich diese Wahrheiten der Bibel und spreche die über mir aus. Ja. Was mega hilft, wenn es darum geht, zum Beispiel Argumente gewinnen zu wollen und sich zu fest im Kopf zu machen, was andere denken, habe ich mir zur Regel gemacht, ich diskutiere mit niemandem, der nicht hier ist. Also ich mache keine Gespräche in meinem Kopf mit jemandem, der nicht hier ist, das wahrscheinlich dann eh nicht stimmt. Weil dann schaukele ich mich in was rein und mache mir Sorgen um was und gehe dann zum Beispiel in ein Gespräch und es ist bereits, ich bin gar nicht offen. Es ist gar nicht, ja. Genau. Und da habe ich gemerkt, das hilft mir mega, den Frieden zu haben und einfach auch Gott zu fragen. Manchmal musst du Gott auch fragen, muss ich jetzt, habe ich was falsch gemacht? Und manchmal hörst du ja dann vielleicht, ja, das war wirklich nicht gut. Entschuldige dich oder irgendwas. Also auch hier, das ist ja ein Beziehungsdreieck, nicht nur. Ein Dialog, ja. Genau. Cool. Hey Dave, ich danke dir, dass du diesen Sonntag auf der Bühne stehst und dass du, ja, einfach das, was du aufs Herz bekommen hast, uns weitergibst und dass du hier noch im Studio warst. Und dir zu Hause möchte ich noch ans Herz legen. Wenn du am Dienstag Mittag Zeit hast, dann schalte unbedingt bei uns ein. Wir haben die Hour of Prayer, wo wir einfach eine halbe Stunde uns zusammen Zeit nehmen, das Thema noch etwas vertiefen und aber vor allem zusammen beten. Und da lade ich dich einfach herzlich ein, mit dabei zu sein. Und ansonsten wünsche ich dir einen super guten Sonntag, eine gute Stadt in die Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.